Ruhe, 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 Ruhe! Ich eröffne die heutige Sitzung und heiße Sie alle herzlich willkommen. Meine Herren Stadträte, es handelt sich heute um die Genehmigung eines Planes zur Erbauung eines Männergesangsvereins Erholungsheims im Zentrum der Stadt. Meine Herren Stadträte, als im Jahre 1935 die Ausfuhr von sterilisierter Baumwolle in der Weihnachtszeit verboten wurde, da war es König Barbarossa der Fleischsüchtige, welcher damals dem Erfinder der Hosenträger den weißen Entenorden überreichte. Großmütig drückte damals der Zitterklub gut klang seine Meinung gegen all diese verzweifelnden Ansichten aus. Und als wahre Wohltat entstanden damals die vielen Bedürfnisanstalten in unserer Stadt. Es sei denn, dass die wirtschaftlichen, ökonomischen Bedingungen das einzige Hindernis in der Hemdknöppelindustrie den Weg sperren würde, sich dennoch mit vereinten Kräften, Mittel und Wege finden, die Überproduktion im Konfettihandel in Keime zu ersticken, um auf dem 23 Quadratmeter großen Grundstück des Realitätenbesitzers Meier ein Männergesangsvereins Erholungsheims erstehen zu lassen. Nach meiner Ansicht steht also der Erbauung eines Männergesangsvereins Erholungsheims nicht mehr im Wege und ich übergebe hiermit das Wort Herrn Stadtrat Huber. Meine Herren, meine Herren, die Worte meines Vorredners waren reiner Mist. Niemals soll diese Schundansicht zur Durchführung kommen. Ruhe! Das Übereinkommen des chinesischen Schaukelbudenbesitzers mit der Nürnberger Honig-Lebfugenfabrikationsgesellschaft ist erbärmliche Lüge. Das blöde Seegeschwader war ja von dem bayerischen Kirchweifest gar nicht unterrichtet. Lüge! Ruhe! Ruhe! Das sind ja elende Lausbubengerüchte! Wie konnte seine Exzellenz der Großkaufmann von Venedig seine Grundbesitzungen reserviert halten? Er musste doch wissen, dass der Grund- und Hausbesitzerverein im Magistrat Abteilung für Schmetterlingssammlung noch gar nicht vorgehen und mal Ruhe! 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 Ich bitte ums Wort! Ich bitte ums Wort Ruhe! Ruhe! Ich verschließe die heutige Sitzung mit dem Ruf Auf in den Ratskeller! Auf in den Ratskeller! Ruhe! 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 logging Vielen Dank.